Achtung! Voller Einsatz am Ball. Im Unified-Team des TV 89 Zuffenhausen spielen Sportler mit und ohne Behinderung zusammen. Doris Kretschmer hat die Mannschaft vor 6 Jahren ins Leben gerufen. Es ist unheimlich wichtig, v.a. für Menschen mit Behinderung, die so oft auch erfahren, sie sind nicht perfekt, sie sind nicht gut, zu erfahren, Mensch, ich kann doch was, ich bin ein super Basketballer, ich habe jetzt hier die und die Platzierung erreicht. Das macht mich total stolz. Bei einem Turnier für Unified-Mannschaften hat das Team einen Gruppensieg in Deutschland errungen und sich damit für die Special Olympics World Games 2015 in Los Angeles qualifiziert. Ich bin gekommen und die sind sich allen in den Armen gelegen, die waren so happy, die waren wie auf Folge 7, haben miteinander getanzt, Partner wie Athleten. Ja, im Juni ist es so weiter, fliegen wir los. Uwe Botmer ist großer Basketball-Fan. Als guter Freund und Nachbar von Doris Kretschmer hat er die Entwicklung des erfolgreichen Teams hautnah miterlebt. Die Spieler, die schätzen sie sehr und sie hat die Ausdauer und die Geduld, die man dann sicher auch braucht bei so unterschiedlichen Menschen. Das zeichnet sie sicher aus, die Beharrlichkeit, die Geduld, finde ich einfach eine super Sache. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und nachdem ich hergestellt, die Geduld. Untertitelung des ZDF, 2020